Mein Name ist Annika Sieben, ich bin 16 Jahre alt und meine Position ist der rechte Flügel. Bevor ich 2014 zum SC Sand gewechselt bin, habe ich beim SV Vortenbach gespielt. Mein Vorbild war früher immer Marco Reus. Wenn ich FIFA spiele, dann spiele ich immer mit der Mannschaft Borussia Rönchengladbach. Meine persönlichen Ziele sind, dass ich mich immer weiterentwickeln kann und die Ziele mit der Mannschaft sind, dass wir weiter oben mitspielen können und am Ende eine gute Endplatzierung erreichen können.